So, wir haben hier 18.01.2011 18.01. Die Beatbox & Rap Public Community Jetzt schon zweieinhalb Wochen online Beatbox & Rap Windows-Community.de und in Port 89.07. Jetzt die IP müssen wir nicht mehr eingeben Äh, ist egal, 18.00 Uhr Es ist 18.03. Ach, ich bin zu blöd, danke Und ja, es gibt ein kleines Battleschiffs Am Fall Battleschiffs zwischen Reborn und Torren und ich bin Schüri mit dem Nick Let's go! Wie machen wir das jetzt? Wir machen jetzt 6060 AB AB Yes Yes Das heißt Für alle anderen, die hier zuhören Hier Das wird hier hochgeladen auf der Westseite Und alle, die hier zuhören AB AB Heißt, wenn einer aufgehört hat zu Beatboxen Wenn Stopp geschrieben oder gesagt wird Von der Jury, dann muss der nächste gleich Zeilen Eine Antwort dazu geben mit Beatbox Es ist los, Reborn und Tonic Torren Drei Torn bitte Nicht Tonic Ok, jetzt zähl die Zeit runter für Torren Drei Zwei Eins Entschuldigung Entschuldigung Drei 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 ... Stab. Stab. Stab, was geht? Pst, hier ist Beatbox Battle. Wer gegen wen? Okay, zähl runter. 3, 2, 1. Stab. Yo, Togen. I own you. 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 Das war's für heute. Stopp! Hau rein. 3, 2, 1. Alter Mann, das einzige was du holst ist deine Mutter. 3, 2, 1. Hey, ich bin Klet, der dir klinzt deine Fresse tritt. Ich bin Klet, der dir klinzt deine Fresse tritt. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 5, 6, 7, 8. 5, 7, 8. 7, 9, 10. 8, 10. 9, 10. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 5, 6, 7, 8. 5, 7, 10. Stopp! Nice. So, das waren jetzt glaube ich schon... Nein, ich bin noch dran. Oh, so, ich tue mir das. Reborn. 3, 2, 1. Sorry, aber ich hab gewonnen. 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Sorry, aber ich hab gewonnen. 5, 7, 9, 10. 5, 9, 10. 5, 10. 5, 10. 6, 11. 8, 11. 8, 11. 9, 11. 11. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 16. Stopp! Und dass ihr so brav seid, ich liebe euch alle und ich bin gleich der Dach. Kannst du nochmal die IP sagen, bitte? Äh Alex, das ist so gewesen, weil ich hab aufgehört und dann wird Stopp gesagt und ich bin auch davon ausgegangen, dass über ein weiter Beatbox gleich... Aber ich hab keine Ahnung, irgendwie Nick hat... er ist drunter gezählt und dann... Während ich mir Gott ganz froh... Okay, geht her. Ne, ähm... Der, 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 der Winner... Der Winner ist... Eindeutig 2 zu 0... Werbung, Werbung, Werbung! Nein, der Winner ist Reborn! Von mir persönlich gesagt, ähm, ähm, ist es so, dass ich, ähm, zwar beide Sachen gut fand, dass... ähm... Wie soll ich sagen, Reborn hat aber einfach auch ein bisschen mehr Abwechslung reingebracht, finde ich, persönlich. Ähm... Bei Torn war natürlich auch viele Beats sehr, sehr ähnlich auch. Aber... Da gab es auch mal wirklich Stellen... Längere Stellen, wo ich gemeint hab... Oh, oh, oh... Und... Deswegen war ich eigentlich für Reborn. Aber natürlich, beide sind gut. Ich bin schlechter... Nein, ich mach sowieso erst vier Monaten. Es gibt schlechtere, zum Beispiel... Mein Arsch kann es nicht besser. Und, ja, deswegen... Der kann dann... Deswegen hat sich das gut gemacht. War mal lustig. Und so weiter. Pfff... 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 Vielen Dank.